Hallo zusammen, ich möchte euch heute ein Buch meines Facebook-Freundes Burkhardt von Buch vorstellen. Ganz kurz, das Buch heißt Am Ende die Saat der Niederlagen und es handelt von Subkrankheit, von Alkohol, von einem Lebensweg, der geprägt ist durch solche Erlebnisse und vor allen Dingen zeigt es Insiderwissen eines Sozialarbeiters, der hauptsächlich mit Fallanalyse zu tun hatte und da auch seine Vorgaben hatte. Das Buch ist hochinteressant. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob ihr das hier spiegelverkehrt lesen werdet, weil ich es hier im Selfie-Modus einstelle, am Ende. Und ich lese ganz kurz etwas vor, nur vom Klappentext. Spätestens als er selbst grundlos sein Auto in Flammen aufgehen lässt, weiß Thomas Bloch, dass etwas geschehen muss. Der Auseinandersetzung mit seiner Suchtkrankheit bleibt aber nicht der einzige Stolperstein für ihn. Als kleiner Bruder der 68er Generation führt sein beruflicher Weg als Sozialarbeiter ihn in die Position eines Fallmanagers im Jobcenter. Und wie es ihm dort erging in diesem Jobcenter und welche Vorgaben er erfüllen musste, das zeigt Burghardt hier in seinem Buch am Ende. Vielleicht schau dir ja irgendwie mal rein. Ich glaube, dass Burghardt vom Buch demnächst auch dieses Buch präsentiert mit einer Lesung. Und was ich jetzt im Moment nicht genau sagen kann, ist der Termin. Vielen Dank und tschüss.